ach so nur wenn der tod ist okay wenn der tod ist kann ich ihn praktisch als trampolin benutzen in der anderen welt das ist aber wieder kompliziert nochmal lang den kram hier einsammeln läuft sehr schön er wieder hier Hey, Arschloch. So, das haben wir auch geschafft. Ach du, wie da. Ah! Ich sterbe gerade wieder sehr oft und unnütz. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist bis 10 Mal oder so noch frei, dass man noch die 5 Sterne bekommt. Und dann irgendwann später nicht mehr. Ups, das war gut. Aber nicht gewollt, da bin ich ja ehrlich. So, die habe ich jetzt eingesammelt. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, da waren noch. Ja, da sind tatsächlich rote drin, deswegen. Ah, okay. Okay. Upsala. War rechts noch was? Das ist eigentlich nichts, ne? Wie sieht das rechts noch was aus? Wir düsen einfach mal hier lang. Okay. Okay. Fies wäre, wenn das Förderband sich auch noch von der Richtung her ändert, wenn ich jetzt den Schatten wechsle. Äh, also die Welt wechsle. Aber das kommt bestimmt auch noch. Ich kenne das Spieler. So, okay. Läuft. Dicke Vogel. So. Auch da. Da links ist hier, um die ganze Menge zu entdecken, ne? Achso. Warte. Äh, scheiße. Wie ist das? Äh. Was ist ja die andere? Ah, Moment! Komme ich da eventuell rüber? Ne. Von hier aus noch nicht. Okay. Duken. Du. 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 Und wieder drucken. Sehr schön. Das ist jetzt nicht so schwer. Das ist relativ machbar. Das hier war kacke letztes Mal. Das ist ein bisschen... Ich glaube, es geht aber auch nur so, ne? Ich wüsste nicht anders. Ich werde da helfen. Ich wüsste mir nicht anders zu helfen. Okay. Ja, ganz geil. Dankeschön. Das war ein bisschen unfair gerade. Ja, sie düst manchmal in Richtungen los, wo man gar nicht hinlenkt. Das ist ein bisschen unkontrollierbar bei ihr hier. Oh, das hat geklappt. Ich muss mich hier hochbauen. So. Oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es jetzt geklappt. Okay. Schön drauf achten, dass hier vielleicht einfach irgendwo was versteckt ist. Da rechts zum Beispiel. Aber wie komme ich da hin? Hier zum Beispiel. Oh. Ah, das war der andere Weg, den ich vorhin gesehen habe. Muss ich jetzt echt nochmal... Oh. Ohne Scheiß. Also jetzt ist hier offen, aber ich muss nochmal zurück eigentlich. Weil ich das so viel übersehen habe. Moment. Den möchte ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Ach, komm. So. Ja, ich weiß. Der Weg war jetzt ziemlich weit. So, wenn ich jetzt wechsle... Ja, genau. So. Ich versuch's nochmal im Schnelldurchlauf. Weil ich muss ja keine Kristalle jetzt mehr einsammeln. Fuck. Oh, war das knapp. Das war aber gerade noch so. Da hatte ich nämlich die falsche ausgewählt. Um das Tor zu öffnen. Vielleicht schaffen wir das hier noch ganz gut. Prinzip... Ja, im Prinzip ist der Weg gar nicht so weit, glaube ich. Wenn man nicht die ganzen Sachen einsammeln muss hier... Geht das, glaube ich, sogar. Ja. Ich versuch das nochmal eben da hochzukommen. Weil, ihr habt ja gesehen, da waren noch mehr Sachen einzusammeln. Und ich möchte die ja, wenn schon, ganz gerne haben, wenn ich denn schon da bin. Ups. Okay. Und, ja. Den Weg, wo ich eben lang gegangen bin, da müsste ich nochmal praktisch mit der anderen. Weil da waren noch gelbe Kristalle. Und dann war da noch ein zweiter Weg. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was ich jetzt gleich als erstes nehmen soll. Scheiße, ey. Ey. Ich hab mich eigentlich geduckt. Das war mir ein bisschen unfair. Oh, jetzt kommt der Scheiß wieder. Das ist natürlich eine Kackstelle. Gib mir zu. Boah. Ach, geht doch irgendwie so. Okay. Nochmal Checkpoint. Okay. So. Das Problem, was ich jetzt habe, ist... Zeig ich euch gleich. Ich könnte jetzt hier runter. Oder ich geh nochmal da lang. Weil da waren auch noch Sachen. Scheiße. Geh jetzt hier runter. Okay, hier ist auch... Ja, muss ich ja. Hier ist ja auch noch was. Aha, aber gut. Das hier ist nur... Kleiner Bonusbereich, der mich wieder hochkatapultiert. Okay. Dann habe ich alles richtig gemacht. So, und jetzt hier. Und jetzt wechseln. Jetzt bin ich nämlich die Helle. Genau, und sammle die noch alle ein. Aha, sehr gut. Und jetzt kann ich gerne hier lang. Okay, jetzt ist alles okay. Jetzt ist alles okay. Jetzt habe ich meiner Meinung nach alles eingesammelt. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Ich kann natürlich nicht sagen, ob ich noch irgendwo wieder einen Geheimgang übersehen habe. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich... Was ich jetzt mal eben so... Wo ich mal drauf geachtet habe. Egal welche Farbe, die einzelnen Kristalle zählen auf jeden Fall alle einen. Egal ob das nun blau ist, rot oder gelb. Sie zählen alle das gleiche. Ach, jetzt geht das nur los. Äh, okay. Ah, das wollte ich gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist hier noch was? Da hilft mir sie eventuell noch was, ne? Was ist hier noch? Das ist nur der Anfang. Okay. Gut, habe ich begriffen. Da muss ich jetzt hier wieder hoch. Okay. Äh. Da kann ich noch nicht durch, okay? Ich muss gerade so ein bisschen... Erst mal checken, was hier abgeht. Ähm. Halt! Okay. Nein! Das... Da wollte ich doch rein! Fuck. Komme ich da nochmal wieder hin? Ich hoffe. Ah! Achso, ich kann ja wechseln. Ich bin doch doof. Oh Gott! Vielleicht zwei! Ja! Wechseln. Und in den jetzt hier rein. Äh. Okay. Ach, das ist doch der Rückweg. Ich sehe das schon, okay. Ach, dass hier gleich zwei wieder sind von euch Arschlöchern, ne? Es ist mir ehrlich gesagt lieber, wenn diese lilafarbenen unterwegs sind. Äh, wenn... Ne, wenn... Ach, fuck. Wenn die unterwegs sind. Ja, diese weißen. Weil die sind, glaube ich, ein bisschen langsamer, habe ich. Oder träger, habe ich den Eindruck. Mag mich täuschen. Aber es macht den Anschein. Und ich komme mit ihr gar nicht da hoch. So, endlich. Mann. Ihr nervt! Checkpoint. Okay, Checkpoint. Ziemlich blöder Checkpoint in dieser Stelle. Ich glaube, die sind tatsächlich schneller. Kommt ihr jetzt immer noch hinterher? Oh, wie viele sind denn hier? Ist da hinten noch was? Ah, ich... Ja, da wollte ich zu viel. Sollte nur wissen, ob da hinten noch was ist. Nein, da ist auch nichts. Gut. Okay, jetzt komme ich nämlich hier raus. Alles klar? Genau. Und dann bin ich nämlich hier und kann es hier öffnen. Alles klar. Okay. Habe ich verstanden. So, ich mache es lieber so auf diese Tour. Da kann ich jetzt durch, ne? Ja. Okay. Ist wahrscheinlich jetzt gerade nicht so gewollt. Aber... So finde ich es angenehmer, als wenn ich jetzt hier durchfahre mit diesem Teil. Soll ich rechts sagen? Ja, gut. Muss ich wohl. Okay. So, langsam geht es wohl auch Richtung letztes... Letztes Stück des Levels. Von den Punkten her, sag ich mal. Okay, da muss ich dann wieder da hoch. Okay. So, noch was. Ja, pass auf. Das habe ich jetzt ja auch mittlerweile begriffen. Das müsste ich erst töten. Und dann wechseln. Und dann kann ich... Den machen. Ja. Nochmal. Okay, da ist wirklich nur tot. Oh nein. Ich höre schon wieder Geister. Da oben ist noch was. Das ist doch bestimmt noch was, oder? Egal. Egal. Wie geht das jetzt mal hier weiter? Nein, kann ich nicht? Hallo, da waren gar keine Zacken dran da unten. Sauerei. Na gut. Ich weiß nicht, ob da noch ein weiter ist. Das ist doch nichts okay. Ja, hau du mal ab. Kommt der da oben auch wieder? Nö. Der kommt jetzt einfach mal nicht wieder. Hallo. Braucht das Fahrgeschäft da oben? Ja, es kommt wieder. Also, die scheinen gerade ihre eigene Bahn zu fahren, ne? Ja, okay. Oder fliegen. Fliegen ist eher richtig. Es tut mir leid, ich muss gucken. Weil es ist wie ein Zwang. Nachher ist hier irgendwo ein Versteck und ich finde es nicht. Und hier ist nichts mehr. Scheiße. Ja, war unnötig. Und das war noch viel unnötiger. Fuck. Okay. Aber so ist der Alex. Der möchte erkunden. Wenn es sein Leben kostet. So, jetzt kommen wir da rauf. Okay. Ich muss jetzt ja eigentlich gerade nur auf lila achten. Ich denke, es ist jetzt nicht so wild. Ja. Ist gut. Ist gut. Ach, da sind die... Aha. Hab ich was gefunden. Schön. Immerhin. So. Dann geht's tot. Also, wir müssen kurz gucken. Wo ging's jetzt hier weiter? So. Ähm. Ach, hier geht's heute auch. Gut. Okay. Ja, er nur wieder hier, ne? So. Okay. Ach man, ich hätte doch nur Wechsel brauchen. Ich bin so ein Horst. Okay, das ist aber auch immer da. Na, jetzt ist sie gleich Ende im Gelände, wie es aussieht. Und ich hab aber einiges vergessen. Ist auch nicht so schlimm. Ach, jetzt auch noch ein Wasserbereich. Ja, juhu. Wie ich mich freue. Steffi, die freut sich immer über die Wasserbereiche. Ich persönlich hasse Wasserbereiche in jeglichen Jump'n'Run-Spielen. Hasse ich das. Das hier scheint aber echt... Ähm. Ja gut, das kennen wir ja. Ach so, ich kann hier auch noch weiter. Äh. Aha. Ah. Okay. Oh, kriegen wir... Sollten wir vielleicht alle Kristalle kriegen? Ich glaub's noch nicht so ganz. Es scheint hier echt noch ein Bonus... Oh ne, das ist Ende. Scheiße. Fuck. Hier ist aber noch was, ne? Hier wäre ich normalerweise rausgekommen. Ah, okay. Ja, aber gut, das ist... Das ist die gleiche Stelle hier, ne? Na? Na, wir gucken, ob ich... Ja, da bin ich ja da oben lang geschwommen hier. Genau. Ja, dann hab ich tatsächlich ein bisschen was verpasst. Aber gut, ich finde, wir haben noch einigermaßen was gekriegt. Das Blöde ist nur, dass ich jetzt auch keine Fünf-Sterne-Wertung hab. Ah, wir gucken einfach gleich mal weiter. Ich würde sagen, wir spielen einfach erstmal so jetzt weiter. Egal, was ich so für Sachen bekomme. Und irgendwann, wenn ich dann merke, es geht nicht mehr anders, dann müssen wir halt die restlichen Sachen sammeln. Aber ich würde sagen, wir spielen einfach erstmal weiter. Einfach, weil's Bock macht. Wie viele Sterne krieg ich denn? Ich bin wie oft gestorben... 15 Mal! Das ist immer so krass. Und wieder vier Sterne. Naja, gut. Okay. Vielleicht reicht das. Wir brauchen ja, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Sternen, um den jeweiligen Endboss mal freizuschalten. So. Okay. Ja, das haben wir also auch jetzt. Das Furchtlose... Äh, das Furchtlose. Das Verfluchte Verlies. War auch sehr cool. Als wir den Geistern fand ich eine ziemlich geile Idee. Jetzt haben wir die Schlucht der schreienden Eulen. Das klingt auch ziemlich geil. Ja, dann machen wir mal. Sehr wenig Kristalle gibt's hier, sehe ich gerade. Bin gespannt, was uns dieses Level bringt. Dann gibt's hier wahrscheinlich auch nicht so viele Geheimgänge. Okay. Ja, schauen wir mal. Eine etwas friedlichere Musik. Was ist denn das jetzt für... So eine Art Weg dargestellt. Oh, was bringt denn der? Aha. Und denn? Also hat das jetzt die Tür geöffnet, oder wie? Aha. Anscheinend. Gut. Habe ich verstanden. War jetzt ja auch nicht so schwer. Ups. Oh, okay. Ich wollte eigentlich rechts lang. Ach, jetzt sterbe ich hier schon wieder zigtausendmal. Muss ich das Schloss nochmal aktivieren, oder fährt er jetzt? Ich muss nochmal aktivieren. Also, ich muss diese Attacke hier aber haben. Gut. Und dann kann ich hier runter. Hier kann ich aber nicht die Reihenfolge wegziehen. Ich behalte lieber den, dann kann ich notfalls nochmal fliegen. Ich will's mal hier probieren, warum auch immer. Okay, hier muss ich ins Wasser, aber da kann ich durch. Einige von wenigen Kristallen. Ein sehr schönes Level, muss ich ruhig sagen. Gefällt mir richtig gut. Das scheint es weiter zu gehen, ne? Wollen wir ein bisschen schwimmen? Ah, hier ist gar nicht so viel unter Wasser. Okay. Gehen wir trotzdem nochmal an den Anfang zurück. Und da geht's ja auch hoch hier, ne? Ah, da oben ist was. Guck mal. Wenn ich den hier... Ah, da geht's auch noch lang. Uiuiui. Ui, das ist noch mehr. Meine Güte, was ist hier wieder viel? Ein Hase! Der schießt auf mich. Oh, der sah cool aus. Eine neue Gegnerart. Achso, das Teil habe ich jetzt ja gar nicht ausprobiert. So, was bringt der jetzt? Der fährt jetzt unter Wasser. Wollt ich da lang? Wollt ich da lang?